Dass der Klimawandel extreme Wetterereignisse begünstigt, ist bekannt. Nun zeigt sich aber eine weitere und wahrscheinlich gefährlichere Entwicklung. Der Jetstream, Lebensader unseres Wetters, gerät ins Wanken. Die Auswirkungen können zum einen langanhaltende Hitzewellen und Dürreperioden sein, zum anderen aber auch Tage- bis Wochenlange Regenphasen mit Hochwassern. Und diese beiden Szenarien scheinen nur auf den ersten Blick sehr gegensätzlich zu sein. Zunächst aber eine kurze Erklärung. Was ist der Jetstream und warum ist er so wichtig? Auf der Nordhalbkugel gibt es eine klare Temperaturverteilung. Am Äquator ist es warm, am Nordpol kalt. Die Atmosphäre versucht, diese Unterschiede auszugleichen. Das spüren wir tagtäglich in Form von Wind. Der Wind weht aber nicht einfach direkt von Süd nach Nord und gleicht somit die Temperaturen aus. Die Erde dreht sich und lenkt dabei den Wind nach rechts ab. Da das überall gleichzeitig geschieht, entsteht genau bei uns eine Westwindzone. Besonders stark ist dieser Westwind in der Höhe. Und das ist, etwas vereinfacht, unser Jetstream. Er weht nicht wirklich schnurgerade um die Erde, sondern in Wellen, was hauptsächlich mit der Reibung des Windes an der Erdoberfläche zu tun hat. Der Wind stehen beispielsweise die Rocky Mountains in den USA oder die Alpen im Wege. Und er muss ausweichen. Die Lebensader unseres Wetters ist der Jetstream, weil er dafür verantwortlich ist, dass innerhalb dieser Wellen Tiefs und Hochs über uns hinwegziehen und sich immer wieder abwechseln. Denn die Wellen wandern ostwärts über uns hinweg. Mal ist es wärmer, mal kälter, mal sonniger und mal regnerisch. Eine für die Natur unheimlich wichtige Mischung. Nun kommt noch der Klimawandel mit ins Geschehen hinein. Wir wissen, dass sich die Erdatmosphäre im Schnitt ungefähr um ein Grad erwärmt hat. Seit Beginn der Industrialisierung. Allerdings nicht gleichmäßig. Im Norden geht das deutlich schneller vonstatten als im Süden. In der Arktis teilweise doppelt, wenn nicht sogar noch schneller. Das ist jetzt ein Problem. Denn dieser Unterschied zwischen Nord und Süd, der baut sich ab. Und das ist der Antrieb für den Jetstream. Der gerät also langsam ins Trudeln. Er wird langsamer. Er dehnt sich weiter nach Nord und nach Süd aus. Und diese großen Wellen, die wir haben. Und das ist etwas, was sich zu bewahrheiten scheint. Die verlagern sich deutlich langsamer. Also dieses Hoch und dieses Tief, die könnten wochenlang teilweise an Ort und Stelle bleiben. Und dieses Tief hier über Deutschland, das kennen wir so bereits. Im Sommer 2013 sorgte eine langanhaltende Tiefdruckphase mit tagelangen heftigen Regenfällen dafür, dass zahlreiche Flüsse über die Ufer traten. Regional wurde von einer Jahrhundertflut gesprochen. Der Jetstream schwächelte. Und das Hochdruckgebiet, welches die Situation entspannt hätte, blieb aus. Und das Gegenteil, eine langanhaltende Dürreperiode ist eigentlich kein Gegenteil. Es ist eigentlich nur eine andere Position dieser Welle. Die Tiefs würden sich dann über dem Atlantik drehen und wir wären genau unter diesem Hoch. Zwischen Tief und Hoch würde ständig heiße Luft zu uns nach Mitteleuropa strömen. Das Resultat wäre eine wochenlange Hitzewelle. Und genau das ist im Sommer 2018 geschehen. Über viele Wochen hinweg, eigentlich sogar von April an, gab es immer wieder Hochs, die für eine Dürre sorgten. Gleichzeitig war der Sommer einer der wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn. Die Berechnungen der Klimamodelle bereiten Wissenschaftlern Sorgen. Denn schauen wir in die Zukunft, wird es noch wärmer. Vor allem in der Arktis. Und die Temperaturkontraste zwischen Äquator und Nordpol würden sich weiter verringern. Und das würde auch dem Jetstream weiter zusetzen. Langanhaltende Extremwetterlagen werden damit in Zukunft noch wahrscheinlicher. Und das würde auch immer wiederholen.